Der kam in der 28. Woche und da war schon klar, dass irgendwas nicht stimmt und die haben dann auch sofort das Kind von oben bis unten untersucht und haben dann auch festgestellt, dass er beidseitig starke Einblutungen hat. Da war er gerade gut 24 Stunden alt, wo wir dann auch die Diagnose hatten. Uns wurde gesagt, dass unser Sohn nichts können wird außer liegen und es hört sich mal fies an und sabbern. Er kann laufen, er kann sprechen, er kann reiten, aber es ist halt ein harter Kampf. Das sehen die Leute halt natürlich nicht. War ein Riesenschock, ja. Also man stellt sich es ja immer schön vor, man ist schwanger, erstes Kind, es war geplant, viel Freude Eierkuchen und bis dato hatte man halt auch nichts festgestellt und die Schwangerschaft war unauffällig und dann kam der große Hammer und man stand da so und es konnte einem ja auch keiner was sagen und das ist jetzt ja auch was, da gehst du nicht zum Nachbarn, die auch alle Kinder haben und sagen, ey du, wie war es denn bei euch, weil das hat halt nicht jeder. Ja, zur Stiftung gefunden. Wir haben da einiges drüber gelesen und Bekannte von uns, die auch bei uns im Ort wohnen und das gleiche Schicksal haben, haben uns darauf aufmerksam gemacht. Die haben auch schon Familiencamp mitgemacht und haben gesagt, ihr müsst auch mal dabei sein und so sind wir da halt immer mehr darauf aufmerksam geworden. Wir hatten gerade einen tollen Familienurlaub, wir probieren uns schon immer so, wenn das Kind im Bett ist, auch Zeit für umzunehmen und viel zu reden. Das tut uns einfach enorm gut und da haben wir auch gemerkt, ich glaube, wenn wir nicht über alles so viel reden würden, gerade auch was Sam betrifft, da gehen einfach auch viele Beziehungen dran kaputt. Aber das Reden, das hilft uns. Es ist einfach wichtig, darüber zu reden und das gemeinsam zu entscheiden. Wir haben uns ja auch gemeinsam für ihn entschieden, also müssen wir das auch gemeinsam alles meistern. Das war das, was wir haben, wo wir uns jetzt immer wieder ab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.